Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Oberkassel. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 40 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 980 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017